Moin, herzlich willkommen hier am Donnerstag bei Let's Play LS17, Nordphysische Marsch, VierfachMap 1.6, ohne Gräben. Wir sind dabei, drei Felder zu sehen. Also im Augenblick jetzt, wir haben drei Sehmaschinen gleichzeitig am Laufen. Ja, wir sind also auf Feld 14, auf Feld 5 und auf Feld 33 dabei. In dieser Saison werden wir hauptsächlich Weizen, Raps und ein bisschen Hopfen säen. Vielleicht sähe ich auch noch ein bisschen Gerste aus. Ich muss mal schauen, kann ich noch nicht sagen, könnte ich mir aber gut vorstellen. Vielleicht noch ein bisschen Roggen, naja, glaube ich aber nicht. Glaube ich aber nicht. So, und jetzt sind wir erstmal dabei, hier Paletten zu verteilen. Wir brauchen Paletten. Käserei habe ich schon voll gemacht mit Paletten. Wir brauchen jetzt noch Paletten bei der Brennerei und bei der Brauerei. Damit es da weitergeht, wir brauchen noch Obst bei der Brennerei. Genauso wie wir Obst brauchen. Wir können auch mal gucken, was kriegen wir denn eigentlich für Obstler gerade. Wo bin ich denn Obstler? Ich überspringe das nun mal bei Edeka. Ja, das könnte man eigentlich machen. Das ist zwar nicht jetzt der Höchstpreis, aber um Kohle zu machen, wie fahre ich eigentlich? Was mache ich eigentlich für ein Quatsch? Wo bin ich verfahren? Völliger Bullshit. Ich muss ja hier rum. Die Brennerei ist ja da oben. Mann, Mann, Mann. Das kommt davon, wenn man so viel sabbelt und nicht aufpasst. Ich sage es ja immer wieder. Mann, Mann, Mann. Wie viel Palette ist das denn jetzt? Leere Paletten 83%. Das heißt, ein bisschen können wir da noch. Aber eben auch nur ein bisschen. Der Xeon hat schon wieder durchdrehende Reifen. Oh nein, jetzt habe ich da eine Palette Korn drauf. Ich werde weich. Naja. Egal. Geige. Untertitelung des ZDF, 2020 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 thematis undersidee, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Ich kann nicht mehr aussteigen, aber ich kann die Kamera nicht mehr auf Außenansicht schalten. Ja, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas macht hier gerade gar keinen Spaß mehr. Bei den anderen Maschinen geht das. Dann kümmern wir uns erst mal um die anderen Maschinen, bevor wir dann hier wieder weitermachen. Okay, hier hinten stehe ich ganz. Dann kümmern wir uns mal darum, dass wir hier wieder aufgeführt werden. Hier steht eine Palette. Ach, ich habe noch gar keinen Dingens da hier. Ich habe ja noch gar keinen Abfahrer, gar keinen Überladewagen hier. Oh Mann. Frisches Gemüse. Hier, mitten auf dem Feld. Leute, irgendwas stimmt hier gerade mit meiner Maus überhaupt nicht. Auf jeden Fall gibt mir das hier gerade ziemlich auf den Keks. Und hier ist mir auch viel zu viel noch nicht schön gemacht. Hier, wo sie mit der Keks ist. Hier ist es ein Keks. Ich bin nehm. Ich bin nötig. Oh! Ja, dann musst du auch mal rausgucken, wenn man fährt, ne? Das hilft manchmal. So, wenn da jetzt so Mini-Fetzen übrig bleiben, da habe ich ja kein großes Problem mit. Aber wenn hier halbe Felder ungesät sind, dann habe ich da schon ein Problem mit. Oh, dann fahren wir andersrum. Da erstmal die Ecke. Gleich haben wir es hier auf dieser Seite. Dann gucken wir uns die andere Seite nochmal an. Und dann sind wir auch fertig mit Feld 14. Da kann man das Prinzip direkt umsetzen. Da drüben auf Feld 16. Da drüben auf. Das ist die Ecke. Aber hier sind die Ecke, also nach unten rein. Wenn wir uns auf dem Himmel. Da drüben. Der drüben. Da drüben. Dann haben wir es hier auch gleich einmal wieder auffüllen. Und dann rüber auf Feld 16. Ja, ich weiß, dass ich hier nicht mehr viel drin habe. Sorry, Nachbar. Sorry, sorry, sorry. Leute, wenn es euch hier heute gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, Kommentar, Abo. Kommentar dürft ihr natürlich auch hinterlassen, wenn es euch nicht gefallen hat. Gerne sachliche Kritik, Vorschläge, Wünsche. Ich habe heute immer gern gesehen, ob ich dann alle Wünsche realisieren kann. Muss ich schauen, kann ich nicht versprechen. Und ich kann es nur wiederholen, kommt auch auf meine Homepage. Da kann man sich für die von mir veranstalteten Multiplayer-Livestreams bewerben. Und kann, wenn man Bock hat, mitmachen. Ja, und also kommt vorbei, schaut zu, bemerkt euch. Und vielleicht seid ihr nächstes Mal mit dabei. In diesem Sinn sage ich mal. Ciao!